Noel Gebor, das geht bald los für dich mit Boxern. Am 25. steige ich wieder in den Ring. Gegen wen? Es ist ein Italiener aus der Schweiz. Zehn Kämpfe, zehn Siege, sieben Karoels. Bestimmt ein guter Mann. Das klingt nicht schlecht. Ich habe noch nicht viel von ihm gesehen, aber ich bin auch umgeschlagen. Es wird wahrscheinlich ein guter Kampf, ein bisschen gerade für allen Zuschauern dabei zu sein. Und du hast jetzt gute Vorbereitung? Ja, ich bin jetzt genau in der Sparringsphase. Das ist die letzte Woche und ich bin auch froh, wenn ich mit der fertig bin. Nur noch der Kampf und danach entspannen. Und der heutige Sparring sah auch nicht so besonders schlecht aus. Und wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Das war ganz okay. Ich mache gegen Schwergewichter Sparring, das ist auch nicht schlecht. Sein Stil ist okay und ich komme damit ganz gut klar. Und ich denke, ich bereite mich gut vor für den Kampf, so dass ich ein Top 5 sein werde am 25. Super. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Und auch weiterhin deine Karriere. Danke.